Was passiert, wenn du Druck hast? Wie geht man mit Druck um? Wie kann man Druck loswerden? Wenn wir ganz ehrlich sein, müssen wir erkennen, dass der meiste Druck, den wir erleben in unserem Leben, dass das selber gemacht ist, dass das unsere eigenen Gedanken sind, dass das oft Situationen gar nicht sein, dass es das Denken über die Situation ist, dass es der Druck ist, Angst zu haben, dass wir das oder das nicht schaffen oder dass zu viele Dinge auf uns zukommen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der meiste Druck von uns selber gemacht, von uns selber produziert ist. Wie können wir jetzt diesen Druck loswerden? Wie macht das die Natur? Man könnte sagen, der Baum oder der Staude hat ziemlich viel Druck. Wie geht die Natur jetzt mit Druck um? Eigentlich ganz einfach. Einfach den Druck loslassen. Einfach den Ballast abwerfen. Einfach das eigene Denken hinterfragen und sagen, sind das eigentlich meine eigenen wahnsinnigen Gedanken, die, was ich immer da mache. Lass ich das jetzt einfach einmal los und denke mir jetzt einfach einmal vergiss es. Denk nicht so viel dran. Nachher fällt der Druck ab und das ganze System erholt sich wieder. Und das ist doch genial, oder? Wir müssen es leiser machen wie die Natur. Weil wenn es jetzt wieder wärmer wird, dann fällt der Druck ganz automatisch von den Bäumen und von den Stauden wieder ab und das System erholt sich wieder. Und so kannst du Druck sofort loswerden. Weil wir dürfen auch Naturgesetz nicht übersehen. Das heißt, auf Druck folgt immer Gegendruck. Je mehr, dass du drückst, kann auch nur gedänklich sein, desto mehr Gegendruck produziert das Leben. Darum, pass gut auf, wenn du Druck machst. Druck bei dir selber und Druck bei anderen Leuten. Auf Druck folgt immer Gegendruck. Druck loslassen bringt mit sich, dass das System wieder fliesst. Es fliesst wieder in deinem Leben. Es geht wieder leichter. Es entspannt sich wieder. Und die Dinge passieren am leichtesten, wenn sie entspannt passieren dürfen. Also, Druck loswerden. Gar nicht so schwer, wie man es so oft denkt. Einfach nur loslassen. Finger. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020